Mein Name ist Frank Sauer, ich bin Actionsportfilmer und Dokumentarfilmer und mir wurde dieser neue Panasonic Camcorder X1000 für eine Woche gegeben. Was macht diesen Camcorder überhaupt aus? Und das ist primär natürlich, dass es ein All-in-One-Tool ist, das heißt man hat alles built-in. Das fängt bei den ND-Filtern an. Es geht weiter über einen 20-fach optischen Zoom, Bildstabilisator optischen und natürlich das neue Feature 4K mit bis zu 60 Frames pro Sekunde. Die stärkende Kamera sind auf jeden Fall nicht die Beauty Shots, was man ja vermuten könnte, weil der Sensor einfach viel zu klein ist. Ein riesen Vorteil ist jedoch das Feature des 4K. 4K ermöglicht es einem vor allem, wenn man später auf 2K ausgibt, dass man später im Bild pannt, zoomt und vor allem auch, dass man stabilisieren kann in der Postposition. Das Infrarot Feature ermöglicht einen, Dinge zu sehen, die der Sensor normalerweise nicht sehen würde, weil es einfach zu dunkel ist. Und gerade bei Rebecca Horse und Hula Hoop war das eine super Möglichkeit, weil wir haben durch die Laser an ihrem Hoop Dinge gesehen, die wir ansonsten nicht einfangen hätten können. Wir haben zweimal XLR mit Phantom Power. Man kann zum Beispiel eine Funkstrecke und parallel noch zum Beispiel einen Shotgun Mic auf einem anderen Kanal speichern. Man hat auch drei Räder. Das ist Zoom, Fokus und Blende. Alles mit einer hat erreichbar. Außerdem hat man ein Feature mit zwei SD-Karten, die parallel aufnehmen können. Das heißt, man braucht nicht aufnehmen und dann sofort irgendwie Backupen. Das heißt, man muss keine Festplatte dabei haben. Man muss auch keinen Laptop dabei haben. Nämlich man nimmt einfach doppelt auf die Karten auf, nimmt sich zwei oder vier Karten mit und kann damit ewig shooten. Wenn man Athleten oder Künstler nur mit einer Kamera und ziemlich schnell drehen will und vor allem auch nichts verpassen will, dann haben so Geräte wie zum Beispiel auch dieser Campcaller einen Vorteil. Das ist alles drin eingebaut. Man verpasst nie einen Moment und es ist eine Art Run-and-Gun. Man kann alleine einen kompletten Dreh machen. Panasonic X1000 ist auf jeden Fall eins und das würde ich einfach sagen, ist es ein Shotguetter. Egal ob bei Events, Active Sport, Hochzeit, Travel, TV-Produktion, bekommt man jeden Schuss rein. Das heißt, man verpasst niemals einen Moment. Panasonic X1000 ist auf jeden Fall.